Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du wirst mit mir leben, in der Fantastische Isle. Und die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Alles Gute zum Geburtstag! Ja! Ja! Ich wollte euch etwas sagen, das sehr wichtig für mich ist. Ich wollte euch sagen, dass ich euch lieb. Zum Wohl, Mama. Guten Abend, Madame Dorn. Guten Abend. Du hast deinen Kindern nichts gesagt, nicht wahr? Du warst feige? Stimmt doch. Madame Girard? Ihre Nachbarin besucht sie, Madeleine. Schon komisch, dass Sie diesen Ort gewählt haben, um in Rente zu gehen. Das ist das Colosseum. Das ist witzig. Die sieht aus wie Madame Dorn. Du verstehst das nicht. Sie darf nicht wieder in diese Wohnung zurück. Wenn es nicht wieder in der Zeit wird, wenn es keine Zeit ist, wenn es nicht mehr Zeit ist. Wenn es nicht mehr Zeit ist, dann alles zu gehen. Ja, 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 ja.